hallo willkommen auf mein kanal dunkler d zu einer neuen folge einer map vorstellung da und was haben wir das machen wir machen heute ein dropper zu einmal die regeln die regeln sind okay in case und ob die feinen so ist laut das heißt wir dürfen auch die feinen nutzen wir dürfen keine items droppen die sind dann unsichtbar du musst einen weg nach unten finden wird der letzte fall damage wirklich keine ahnung jedes level hat gute possible also gutes möglichkeiten und für möglichkeiten um zu gewinnen und nicht zu schenken das geht's ich glaube sollte eigentlich jetzt mal durchgehen können wir waren ist die map für welche version ja erkennt ihr was auch mit command also soll ja auch schauen ich kenne mich dafür gut aus soweit ich versagen habe ein kleiner command fehler bei ein tippen des befehls dass wenn diese amazon durchgelaufen ist wenn diese wand ja zerstört wird also ist er ausgedrückt das wird sich nicht noch mal ja 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 er hat einfach nur leider hier zwischen gesetzt was das gemacht hat was nicht funktioniert ok ok das ist auch ein kleiner command fehler ja warte ich hatte drauf war also ja ich bin unten angekommen es lockt es funktioniert so ich krieg kein herzen dazu warte doch mal auf mich ich schicke nur herzen muss auch mit absicht wir sollen mit den herzen überleben was auch okay okay ich bin ja in der lobby bin ich dann hier gewandt jetzt noch tiefer leute ja moin ah ok wir dürfen kein wir dürfen so gut wie gar kein roll damage kassieren das heißt müssen wir versuchen ich bin schon ich bin schon weiter warte doch mal auf mich ja ja ich warte jetzt hier auf level 3 auf dich ja leute da war ich ein bisschen besser als für die jüpfte vor ich bin da nicht weiter ich habe ein secret nummer 3 vornehmen es gibt in jedem level 1 ja und es gibt einen job man das geschafft hat man aber ich habe das ich gehe noch mal bei den anderen level schon und guckt da wo das secret ist nein verdammt viel ist das also unsere challenge jetzt hierfür ist alle alle secrets zu finden ich habe ich habe ein cool 1 habe ich schon das bedeutet ich habe ich habe ich habe ich habe alles gerade dieses job man nicht also das macht mich gerade ein bisschen ich weiß nicht kann das machen was 1 ja ok warum lauf uns runter wie viel ich muss dann haben und sowas zu machen ich habe jetzt alle 30 bisher nur noch ein halbes herz ok 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 ist ziemlich schwer ich habe den ersten sprung geschafft der erste sprung sehr easy aber dann weiter zu kommen ja das mache ich aber ich bleibe mir hängen dann bin ich glaube ich so alle vier leute ich bin jetzt schon mal ich habe es fast ich habe es an treten schon ich habe das siegert gesehen das war ich sprich es war komplett runter also ok Okay Ecksprung Kann man das machen Nicht geschafft hat Ich bin unten Ich bin unten Ich bin durch Hi Hi Ich will das Secret haben Hi Ich hab keinen Fallschaden bekommen Und wir sind bei Level 5 Ich mach das Secret eben Okay ich mach Level 5 Also eben Einfach so mal Weggenommen Okay Ach du heilige Macarena Wir können ja können wir Alle buttons drücken Dann kriegst du irgendwann das Secret Dann nicht Ich bin einfach ein Fallschaden verreckt Ich bin einfach ein Fallschaden verreckt Was? Was? Das ist ja sau fies Du musst sogar manchmal Mal Knöpfe drücken Damit du weiterkommst Ich weiß Junge Du bist da unten hin Wie kommst du da unten hin? Ich zeig dir das Warte ich komm nochmal an Ich bin hier einfach nur rüber Ich bin hier Dann wollte ich eigentlich hier rauf Bin ich aber nach da unten gefallen Dann drückt man ihn auf dem blauen Knopf bitte Und schau dich um Also Und dann Ich bin da Überleben Base lobby Stopp Ich suche immer noch das Secret Okay ich mach das nächste Wo ist das Secret? Lol okay Da schau ich gleich mal an 6 ist Keine Ahnung So machen wir So klar Du bist doch auch Du bist sofort Nein Oh ich hab das Secret gesehen So ich geh mal sterben Ey bist du da unten hingekommen Ich hab's auch gesehen Ja Jetzt Aha hier Bounce Bounce Oh nein Das war ein Fehler Ich kann nicht sterben Ich bin fest Ich bin fest Ähm Oh mein Ich muss nicht killen Das passiert Wenn man Ähm Was Ähm Was Man weiß Ach du Äh Äh Jetzt Äh Äh Noch Da Ist das Secret Wie soll man da unten hinkommen No joke Level 6 Äh Easy Aber Level 6 Gut Ja Also das Secret weiß ich immer noch nicht wo das sein soll Also bei Level 6 ist er einfach Ja aber bei 5 Bin ich komplett confused gerade Oh Mann Ich bin verreckt Ja ich komme mit dir Ja Mann Ich will das Sie gut haben Ey Ich bin ein Junge Ich möchte das eigentlich durch haben Und ich da unten Und Ist das Zicht Nein Oh Was Ich Mach Bitte wieder nach oben Komm Und nicht töten Wie denn Einfach Vielleicht kill Angeben Gucken Das ist nur schnelles töten Das ist nur schnelles töten Ah ich hatte es fast Ich hatte es wirklich fast Nein Ein block pixel hat mich erwischt Ein block pixel Ja ein block pixel hat mich erwischt Ich versuche es gleich zu machen Ich versuche dort richtig mal durchzufinden Meine leichtes durchgeflogen aber nicht mein körper Jetzt an einen zug durch Unmöglich Ich bin nicht gut in 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 Dropper Ja ich bin auch so Scheiße Dropper Ich lande immer auf diese Blöcke Unten dieses Karatfeld Das ist ganz klein Da lande ich immer drauf Egal was ich mache Ich hab's auch Ja man Tada Ich hab's geschafft Leute Meine Was ansteigt Ciao bis zum nächsten Mal Leute Und haut rein